und ich bin die ist komplett die Kette ja, dank jay jay ja, sehr wohl oh, ohne Spaß, ich mach mir so eine Achse und mach dieses Scheiß anfangs Holz hier weg die Kette ist immer noch da gedankter, meinst du? den Vogel oh, ich bin genau in den Trap geschworen Alex, komm her oh, warum lässt du mich nicht so und weg mit der Scheiße und weg mit der Scheiße wieso sterb es jetzt? Schmoke ich frag mich, ob Amos wird sein Wulter, ich hoffe, sie ist ja abgeschworen worden warte mal, der hat das sowieso gemacht äh, was ist das? was ist das? was ist das? das ist von Äußeren so gut wie fertig sehr gut oh, fuck, da kommt der Nahrung grand ist bei mir hier doch okay, du doch doch ach so, ich krieg jetzt mal, dass da oben noch ein der Goldrüstung der Nahrung der Nahrung der Nahrung der Nahrung kaum stehen das muss ich von innen machen was? das ist ja gay ausmessen, ich will so ein Dachfenster machen weil die Mitte wissen ohhhh okay, macht Sinn ich will jetzt vielleicht einfach mal von der Marshause nee, ich glaube, ich muss dich anstellen das der Minion stört nicht der Minion stört nicht der F oder so ne ne, er liegt noch voll die Wasseroase hier jetzt ja auch nicht cool oder stört dich das? ne sehr gut zwei no no ich bin einfach nur außen ja gesundheit so no ich glaube, Philipp hat das abgegauht nein oder funktioniert eigentlich dieser uralte Fackeltrick noch beim Minecraft mit dem Sand abbauen? Ja, hab ich immer auch gemacht. Was ein Arsch! Okay, der Dingens... Der Grill wollte ich jetzt sagen, der Ofen und so kriegen wir auf jeden Fall noch eine andere Position. Der Grill. Er will doch sagen, ne? Achso. Wie in der großen Krabbe hier. Da kam ein Hetzel! Oh, nein! Das ist doch okay. Dann brauch ich etwas zu machen, dass ich aber sterbe. Wir müssen jetzt... Reportet nicht! Kein New! Wow, das scheint so, als ob ich mal nicht auspäschen müsste. Nein! Selbstverständlich, ich glaub, ich kann so langsam Barrel zu. Oh, genial. Mein ich nicht. Nur auf dem Weg. Doch, ich steh nicht vor. Ich steh nicht vor. Ich steh nicht vor. Ich steh nicht vor. Also irgendwie hat das was. Hm. Komm mal nach zu mir. Komm, lass dir nachos. Lass dir nachos machen. Jetzt brauch ich noch irgendwas für die linke Seite und dann sieht es eigentlich voll gut aus. Oder so lass die linke Seite einfach. Das reicht doch, oder? Ja. Alex, komm her und nehm mich mit. Komm zum Rand, komm zum Rand. Alter, ich kann nicht mehr kommen. Komm ran. Ja, ja, komm zum Rand bitte noch. Wieso hab ich denn grad gedacht, dass die Treppe nach hier irgendwie weggemacht wurde. Ja, ja. So, hast nämlich TNT Placers und sind das an. Mitten in unserem Haus, ja. Nicht. Cool. Jo. Kommt jetzt noch Glas ran oder bleibt das so? Au. Ja, hier wo die Löcher sind. Also hier kommt Glas und hier kommen jeweils Türen, hatte ich gedacht. Brennst du grad schon Glas oder? Hm? Brennst du grad schon Glas? Dann mach ich das so eben. Ja. Ja. Ja, erstmal kurz, hast du noch normales Holz? Ah ne, schon gut, ich hab noch. Ja. Ja, vielleicht auch noch hier. Ich hab noch vier Truhen. Ich hab noch vier Truhen. Ja. 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 Ja, ich hab mir jetzt einen guten Lipps hier gemacht. Ja, auch nicht der. Nice. Ja, Fabi, man kann noch endlich ja 4 Lifestyle haben. Ah, hier, warte. Da liegt Fleisch, find ich mir gleich raus, kommst da. Danke. Nein, warte. Stell dir nicht. Stell dir nicht ganz ab. Den SV hat ich noch bekommen. Nicht blühen. Oh mein Gott. Das ist zu cool. Oh, fuck, nein. Was ist das so? Ich stell grad die Betten um, ne? Ich stell grad die Betten um, ne? Ja, klar. Also, in sterben oder was? Ich sterben, ja. Ich geh raus. Passt, wenn ich grad in der Mine bin. Ich jemals hab ich geb devon. Ein zwei, drei, vier... Eisen und Kohle, wie der immer dritt beieinander liegt, ne? Nein, nein, das ist grad. Oh, ich bin genau in das S-Reload, gleich genauer. Nein, aber statt hinten in der Basin zu kommen, gehst du zur Seite, da hess dich schnell, aber du willst ins S-Reload, glaube ich. Oh, ist so hässlich, wieso habe ich mir den ganzen Samstein das hier weggenommen. Nein. Was ist das? Nein. Ach, der ist doch unterbrochen, ey. Nein! Hallo, ihr hast gesehen, was ich gestoppt hab. Hallo, ich bin ja Alex, er hat gesagt, ich werde endlich zum Stern. Er hat vieles gemacht. Sand auf dem Boden reimt sich aus Sand auf dem Das Bettchen ruft Torbit Alter Ziemlich Boss coarse Prose Benedict Braum Braum ぇ Boa ich bringache auf 430 Ja Der geht halt voll nicht runter Ich weiß gerade ob das scheiße aussieht Was? Okay Planänderung, da kommen doch nicht vier Türen rein, das sieht scheiße aus Sondern? Und zwei Okidoki